Ein ganz besonderes Phasengleichgewicht ist die Adsorption. Viele von Ihnen werden den klassischen Versuch kennen, bei dem man Essigsäure mit Aktivkohle in Kontakt bringt und nachmisst, wie viel Essigsäure auf der Aktivkohle adsorbiert ist. An diesem Beispiel können wir die Nomenklatur der Adsorption erläutern. Wir haben eine dreidimensionale Phase, das Adsorptiv, in unserem Fall die Essigsäure, die in Wasser gelöst ist. Wir haben ein Adsorptionsmittel, ein Ortsorbent, dessen Oberfläche eine besondere Rolle spielt. Auf dieser Oberfläche reichern sich aus dem Adsorptiv Teilchen an und diese quasi zweidimensionale Phase nennt man Azorbat. Das Adsorptiv kann auch eine Gasphase darstellen. Die Adsorption wird in der Technik genutzt zum einen zum Reinigen von Stoffgemischen, zum anderen ist sie ein wichtiger Teilprozess bei der Katalyse. Die Adsorption ist ein Phasengleichgewicht. Wir haben ein dynamisches Gleichgewicht zwischen der Geschwindigkeit der Adsorption und der Geschwindigkeit des umgekehrten Prozesses der Desorption. Wenn wir die Adsorption quantitativ beschreiben wollen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel die Masse des Adsorbats zur Masse des Adsorbents in Relation setzen und kommen zur sogenannten Belegung B. Wir können auch die Stoffmengen des Adsorbats zur Masse des Adsorbents in Relation setzen und kommen zur Oberflächenkonzentration A. Interessant ist nun, wie diese Oberflächenkonzentration A sich zur Volumenkonzentration A verhält. Dazu werden Messungen gemacht verschiedener Gleichgewichte und jeweils die Wertepaare notiert. Wenn man diese Wertepaare aufträgt, erhält man eine Kennlinie der Adsorption, eine Adsorptionsisotherme. Ein typischer Verlauf dieser Isotherme ist hier dargestellt. Wir haben keine Gerade, sondern wir haben eine Kurve, die immer flacher wird und eventuell einer Sättigung zustrebt. Dieses Verhalten kann mehr oder weniger ausgeprägt sein. Es kann aber auch so sein, dass wir eine S-förmige Kurve haben, die zunächst einer Sättigung zustrebt und dann wieder ansteigt. Diese Kennlinien der Adsorption sagen sehr viel über die molekularen Zusammenhänge aus. Aus einer Auswertung dieser Kennlinien kann man eine Menge Informationen über das System Absorbat-Adsorbent. Hier eine Möglichkeit aus einer Gasphase zu adsorbieren und eine Adsorptionsisotherme zu vermessen. Das Absorbent ist an einer Waage aufgehängt. Wir stellen einen konstanten Druck ein und warten, bis sich die Masse des Absorbents plus adsorbat auf einen konstanten Wert eingepiegelt hat. Hier sehen wir zum Beispiel, dass bei einem Bar Druck und 0 Grad 130 Milligramm adsorbieren. Wenn wir den Druck auf 0,5 Bar runterfahren, haben wir eine adsorbierte Menge von nur noch 100 Milligramm Drucker. Wir können jetzt bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Gleichgewichte vermessen und dann die Daten entsprechend auftragen. Eine Möglichkeit ist die schon erwähnte Auftragenreif-Isotherme. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Isobaren aufzuzeichnen. Hier nochmal die Isothermen dieses Versuchsergebnisses. Beide Darstellungen sind wichtig, wenn wir mit der Technik zum Beispiel eine Druck- Wechselabsorption oder eine Temperaturwechselabsorption diskutieren. Unter Adsorption versteht man die Anreicherung einer Komponente aus einer dreidimensionalen Phase auf einer zweidimensionalen Phase. Die Adsorption wird quantifiziert durch die Beladung B oder die Oberflächenkonzentration A. Die grafische Auftragung der Oberflächenkonzentration A gegen die Volumenkonzentration A bei einer konstanten Temperatur nennt man Isotherme. Eine Isotherme ist ein Fingerabdruck des Systems Adsorbents Azopti. Die결zeit effektiven turned auf anfangen an. Anklation A von einer Haft.